So, die drei Chefs vom Dienst, was meint ihr? Verhältnisse, Touren, alles gut? Wunderbar. Die Sonne kommt auch noch am Nachmittag. Schaut schon wieder nach einem guten Tag aus. Wird schon. Morgen, wo geh ich hin? Auf den Pilchkogel. Pilchkogel? Aber flott? Wo gehst du? Zwieselbacher. Zwieselbacher Rostkogel. Super. Ey, du bist so braun, wo warst du unterwegs? Die Griechen sind einfach braun. Ah, du bist der Grieche? Ja, ich bin Grieche und ich bin wartet für die Übersetzung. Hallo, ich bin Nikos, die Grieche ist der Bergführer. Ich wohne in Innsbruck, seit 2011 und heute gehen wir bis Pilchkogel und Abfahrt in Marlstein. Ihr erklärt Probleme. Stockprobleme. Genau. Probleme gibt es keine. Das ist unser Ziel, der Hochwanner. Wir sind zwölf Leute, zwei Führer. Die Sonne kommt gerade. Das ist der Gipfel in echt. Also, beste Bedingungen. 550 Teilnehmer mit 55 Bergführern sind alle jetzt im Gelände unterwegs. Der Morgenstress ist vorbei. Alle verteilt. Wir haben richtig gute Bedingungen, können alle Touren planmäßig durchführen und freuen uns schon auf flachende Gesichter von den Gruppen, die am Nachmittag wieder zurückkommen. So, LVS sind gecheckt. Pferde sind drauf. Bindung ist umgestellt. Schuhe haben wir auf Walk. Jetzt kann es losgehen. Zirbe hat fünf Büschel. Und der Kiefer, die hat zwei, drei. Das erste Mal auf Skitour? Ja, also wir haben nur so kleinere, mal so etwas Einfaches gemacht. Heute sind wir nicht ganz auf den Hochkalter gekommen, aber schön war es trotzdem. So, was meint der Christian, der Führer dazu? Freut mich, der erste Mal unten sind. Oh, ja! Wooo! 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 Zoo! Woo! Wooo! Doo! Wooo! Wir hatten ein paar hundert Meter richtig guten Schnee. Der Aufstieg hat sich gelohnt. Ihr seid der Meinung, das war... Schwitzel!